Ja, und damit herzlich willkommen zu Auftrag 2, Blutsverwandschaft. Knüppeln Sie die Teufel wie ein eiserner Hammer nieder. Ja, das werden wir machen. Ich halte mich übrigens mit Kommentaren weitestgehend zurück. Einfach weil... Ja. Hier die Fähigkeiten, die man aktuell hat. Wird natürlich alles nacheinander gemalt, was? Weil nicht in der Aufnahme. Weil in der Aufnahme bleibe ich die ganze Zeit bei Tricks an. Ich werde jetzt was kaufen. Und zwar... Das Dinger. Neue Fähigkeit ist jetzt verfügbar. Oh, ich hatte gerade gut genug. Äh, ich hatte gerade genug dafür. Später. Okay. Gut. Dann warf über. Das war's. I hope you all have enough to cover all this. Der kleine Lebenskraftstein, ein alchemistisch hergestellter Zauberstein. Er stellt etwas Lebenskraft wieder her. Der kleine Lebenskraftstein, ein Alchemist, ein Alchemist, ein Alchemist, ein Alchemist. Der kleine Lebenskraftstein, ein Alchemist, ein Alchemist, ein Alchemist. Der kleine Lebenskraftstein, ein Alchemist, ein Alchemist. Der kleine Lebenskraftstein, ein Alchemist. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht übel. Da kommt noch genug Herausforderung. Nice. Das macht richtig Bock. Auch wenn ich die meiste Zeit mich konzentriere, finde ich es unglaublich geil, auch nur dazu zu sehen. Die nächsten Abschnitte sind natürlich ein bisschen mehr mit Laufen und deswegen auch mehr mit Reden. Also ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Außerdem, ciao.